Der A1 ist eine riesige Chance für Audi. Ich bin der festen Überzeugung, er wird ein großer Erfolg werden. Die Entscheidung für das Werk Brüssel ist eine sehr gute Entscheidung gewesen. Eine tolle Mannschaft, die über viele Jahre gezeigt hat, dass sie Autos bauen kann und die mit zunehmendem Enthusiasmus auch an diesem A1 arbeitet, mit ganz viel Begeisterung. Wir können sagen, die Audianer in Brüssel sind ein echtes Mitglied der Audi-Familie geworden. Ein Fahrzeug in Eigenverantwortung zu produzieren als typführendes Werk, das ist in der Tat eine neue Aufgabe für den Standort Brüssel. Das hat es dort vorher nie gegeben. Auf der anderen Seite haben wir viel dafür getan, um die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Wir haben in 88 Stellen das Werk umgebaut, 285 Millionen Euro investiert, in die Qualifizierung der Mitarbeiter investiert, eine neue Arbeitsorganisation eingeführt. Wir haben damit alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass nach denselben Standards wie in Deutschland produziert werden kann und man spürt einfach, die Mannschaft nimmt diese Aufgabe auch mit großem Ehrgeiz an. Deshalb bin ich mir sicher, die Leistung des Standortes wird zu einem hervorragenden Ergebnis führen.